Hallo, wir möchten heute einen Blick in eine Weiterveranstaltung von L3 Musik geben. Bei uns ist Frau Dormann. Sie leiten den Workshop mit den Kleinsten musikalisch durch den Sommer. Worauf können sich denn die Teilnehmerinnen dabei freuen? Worum geht es? Ja, also wir werden natürlich ganz viel zusammen musizieren. Wir werden uns richtig reinstürzen, anfassen, bewegen, spielen, wahrnehmen, wie die Kleinen das eben machen, wenn sie lernen. Wir werden uns durch einen Tagesablauf bewegen und dort immer versuchen, musikalische Elemente zu integrieren. Wir werden uns immer versuchen, Musik zu verbinden mit Sprache, mit Bewegung und ganz viel ausprobieren. Ja, wenn Sie Ihre Möglichkeiten für die Arbeit mit den Kleinsten erweitern wollen, Samstag, 29. Mai ist der Kurs. Melden Sie sich einfach über die Homepage hfm-detmold.de-l3-musik oder rufen Sie 975 821 in Detmold an. 975 821 721 8 Beatplino 9 100 0 50